Hoffentlich können wir das noch reparieren. Hoffentlich können wir das noch reparieren, den Shit, den wir da haben. Das müssen wir ja anders machen. Wartet mal. Da. Ich sprühe aber nochmal weiter, bis das Ding leer ist. Dann werden wir einmal bei Sam das Geländeskelett austauschen, damit wir besser durch den Schnee kommen. Das Kraftskelett ist... Wie groß ist denn bitte das Kraftskelett? Das Kraftskelett. Lol, das... Warum ist denn das Kraftskelett, das viel größer ist? Guckt euch das mal an. Das Kraftskelett, das ist so ein richtig dickes, fettes, breites. Das nimmt einen kleinen Kasten weg. Aber das Geländeskelett, das viel dünner ist, nimmt so einen riesengroßen Kasten ein. What the fuck? So. Egal. Anyway. So we need new blood grenades. One. Einmal Blutgranaten brauchen wir. Einmal Blutgranaten brauchen wir. Das Kraftskelett und das Reparaturspray. Reparaturspray nehmen wir auch noch einmal mit, okay? Das Kraftskelett legen wir erstmal weg. Und extra Batterien. Was Gert gesagt hat. So. Terminal aktivieren. Wir müssen Material recyceln. Einmal Behälter für Reparaturspray. Yes. Und der Behälter für Reparaturspray. Das Ding wird recycelt. Also, das Ding ist recycelt. Und. Blutgranaten werden auch recycelt. Und wir können ein bisschen davon recyceln. 260. Gut. Dann recyceln wir das erstmal, damit die hier mal ein bisschen was haben. Und wir von den Sternen her steigen. So. So. Dann haben wir das nämlich erstmal gemacht. Die Behälter sind repariert. Wir haben neues Recyclingwerkzeug. So. Wir haben sogar. Ne. Wir haben extra Bloodbags. Aber wir haben keine extra Batterien. Wie macht man das denn? Kann ich das überhaupt machen? Das sind ja nur Klamotten. Das ist ein Wärmepad. Das Ding verbraucht ja auch Batterien, glaube ich. Bridget Stiefel 3 haben wir noch an. Und wir haben auch noch einmal Bridget Stiefel an den Klamotten. Behälter für Reparaturspray haben wir einmal dabei. Sollten wir nochmal Leitern mitnehmen? Weil ich glaube Akku können wir gar nicht mitnehmen, Leute. Bei den Guns ist auf jeden Fall auch kein Akku dabei. Da sind nur Granaten und so ein Shit. Behälter Reparatur. Blutbeutel. Rauchabgabe. TCK 1. TCK 2. Weil wir könnten nochmal ein TCK 2 mitnehmen. Und eine Leather. Wir nehmen nochmal eine Leather mit. Und wir nehmen ein TCK 2 mit. Falls wir irgendwo in Not geraten. Und wir werden gleich nochmal das Baby ein bisschen schaukeln. Das muss auch irgendwann jetzt nochmal resetet werden. Dass es dem besser geht. Den geht es nämlich auch nicht so gut. So, die Leiter geht auf die Fracht-Ecke. So. Und der TCK. Der kommt oben noch mit drauf. Dann hätten wir die Fracht eigentlich erstmal gut. Wir haben Behälter für Reparaturspray. Wir haben das Kraftskelett. Das können wir eigentlich erstmal einlagern. Wir haben noch ein TCK 2 dabei. Das heißt, wir können egal was bauen. Okay. Wir haben eine Leather dabei. Wir haben eine Knarre. Wir haben nochmal neue Bridget-Stiefel dabei. Wir haben immer noch genug Blutgranaten. Und einmal Granaten und modifizierte Blutgranaten. Wir haben noch genug Blutbeutel dabei. Geländeskelett haben wir. Damit wir jetzt besser durch den Schnee kommen. Jetzt haben wir auch keine Bombe mehr. Wir müssen uns also keine Sorgen darum machen, dass wir in die Luft gehen. Wenn wir mal stolpern sollten. Und wir werden jetzt nochmal in den privaten Spind Kraftskelett 3 reinlegen. Dann haben wir das nämlich erstmal weg. Und dann ist das oben auch wieder sortiert. So. That's it. Wir sind good to go. Aber ich muss meine Medizin mal kurz nehmen, weil mir geht es gerade nicht so geil. Wartet mal. Oh, meine Medizin. Ja, und weg ist das Riesending. Ich hoffe, die wirkt schnell. Müsste aber eigentlich. So, Leute. Weiter geht's. Auftrag erledigt. Wir haben hier noch einen Auftrag. Wir können mal reingucken, was das sein soll. Ah ja, irgendwas finden. Fuck you. Müssen wir später machen, weil das ein direkter Auftrag für Sam ist. Wir bringen erstmal den Shit weg. Jetzt haben wir ja Geländesachen. Und müssen jetzt da wieder zurück. Let's go. Jetzt können wir uns auch leichter bewegen, weil wir im Gelände sind. Aber warte mal. Was ist da hinten, Alter? Die haben ja hier alles zugespampt mit Scheiße. Die ist ja alles zugespampt. Like für like haben sie auch da. Warte mal, die haben hier nicht mal nen Dings hingestellt. Die haben hier alles hingestellt. Nur kein Ladegerät. Warum nicht? Das sind ja Wichser. Egal, dann stellen wir so ein Ladegerät mal hier hin. Geht nicht, Sam. Der Abstand zwischen Konstruktionen muss größer sein. Du musst dir eine Stelle außerhalb des Sensorenrings suchen. Wenn mal nen Generator aufbauen. Oder? Fuck you, Mann. Wir machen wir nicht. Oh, wir haben schon 104.000 Likes in dem Spiel gekriegt. Das ist schon ziemlich viel. Genau, wir wollten uns erstmal um unser Baby kümmern. Hallo. Komm, wir machen mal ein bisschen. Jetzt beruhigt den. Das muss man in diesem Spiel erreichen. Na ja, hui. Bibi. Komm mal, wie süß ist. Oh ja. Es reicht, ran an den Bauch. Also, du bist eigentlich ein Briefträger und dein Ziel ist es, alle Staaten von Amerika miteinander zu verknüpfen. Wir reisen durch ganz Amerika, um Knoten zu binden. Schirale Knoten. Damit Leute miteinander kommunizieren können. Das siehst du, wenn ich hier hingehe gleich. Wir müssen das Schirale Netzwerk anschließen, damit alle miteinander verbunden sind. Und es ist ein bisschen kompliziert. Du hättest von Anfang an dabei sein sollen mit dem Totenstrand und so. Deswegen heißt es ja Death Stranding. Jeder hat einen Totenstrand. Wenn zum Beispiel Menschen sterben, dann müssen die innerhalb, ich glaube, von 24 Stunden verbrannt werden. Sonst gibt es eine Schirale-Explosion. Und das ist nicht so geil. Und da vorne sind auch wieder GDs. Also, wir latschen wieder im GD-Gebiet. Aber seht ihr, wir haben jetzt den richtigen Anzug dabei. Den Geländeanzug. Und wir sind viel schneller unterwegs. Wir können jetzt hier auch ein bisschen unvorsichtiger sein. Weil wir halt Dings dabei haben. Keine Bombe mehr. Und ihr seht, wir sind schneller unterwegs durch dieses Gelände. Durch den Geländeanzug können wir halt schneller durch den Schnee. Seht ihr? Und jetzt müsste hier vorne gleich GD-Gebiet kommen. Weil ihr seht diese Stränge, die da unten sind. Seht ihr dieses schwarze da? Dieses leicht schwarze Zeug. Warte mal, vielleicht könnt ihr das ja sehen. Äh, hier. Da, neben mir, da. Da sind diese, so leicht schwarze Streifen. Hier. Da gehen die hoch. Da sind meistens immer GDs dran. Und die Stränge können wir auch durchschneiden. Dann sind die tot. Oder wir werfen halt Blutgranaten auf die. Und wir können sie auch mit Pisse und Kacke beschmeißen. Das geht auch. Aber es ist halt nicht so effektiv wie Blut. Blut tötet die sofort. Wir können auch, äh, bei den Pistolen, die wir haben. Ne, wir haben hier eine Waffe. Da können wir zum Beispiel zwischen Munition, die nicht tödlich ist. Also da gibt Menschen, auch richtige Menschen hier, die klauen Pakete. Die musst du unter Strom setzen. Oder es gibt halt diese Waffen, wo du mit Blut schießt. Mit Blut. Weil das können GDs nicht ab. Aber nur das Blut von mir nicht. Weil ich ein Wiederkehrer bin. Okay. It is really complicated. Man hätte von Anfang an da sein sollen. Ich glaube, GD war von Anfang an dabei. Der weiß ungefähr, wo es rum geht. Und es geht halt darum, Sachen von A nach B zu liefern. Weil ich einfach der beste Postbote bin, den sie haben. Der zuverlässigste. Alles, was ich anfasse, wird zu Gold. So, komme ich hier rauf. Oh, 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 ja, ja, ist so gut. Wir sind nur kurz runtergefallen. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, keine Angst. Papi ist ganz kurz runtergefallen. Ist doch gut. Nicht weinen. Keine Angst. Alles okay. Ja, alles okay. Alles gut, okay. Ist doch okay. Ja, haha. Der ist so süß, der Kleine. So, und ran jetzt wieder. Da hat er sich kurz. Da steigt auch der Stresslevel, wenn wir hinfallen und so. Das mag er nicht. Aber durch dieses Gelände, durch die Geländeklamotten kommen wir halt ziemlich weit. Naja, ich sehe, das Problem ist das gleiche wie in allen Games. Oh, 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 oh. Ganz ruhig. Nein, sag jetzt nicht, da kommen wir nicht hoch. Doch, kommen wir. Huh. Und hier geht es halt um viel, ne. Also, du musst halt wirklich, du musst übelst planen. Also, wenn du eine Lieferung hast, die wirklich sehr schwer ist, die hatten wir schon öfter mal, da musst du halt richtig planen, ne. Da musst du die richtigen Klamotten mitnehmen. Da musst du, jetzt zum Beispiel brauche ich auch Wärmepads, weil wir hier im kalten Gebiet sind. Wenn es zu kalt wird, verliere ich Leben. Ne, weil man kann erfrieren hier und so weiter und so fort. Das ist cool gemacht. Wer auf sowas Bock hat und Geduld hat und gerne Sachen von A nach B bringt und sich überlegt und plant und aufbaut, der ist bei so einem Spiel genau richtig. Die Story ist auch geil, ne. Ist halt Hideo Kojima. Ist halt fucking brilliant und so ein Shit. Ne, aber das muss halt Leuten gefallen. Mir gefällt's und ein paar anderen auch. Deswegen spielen wir's. Zu Ende. Weil wir müssen's ja auch mal zu Ende machen. So. Okay. We come closer. We come closer, guys. So we need up. We need to go up here. Und dann sind wir drüben. Immer schön Gleichgewicht halten. We need to go up here. We need to go up here. Jetzt fallen wir hin. Das müsste eigentlich da vorne da vorne sein. Da vorne. Wir müssten gleich da sein. Wir müssten's gleich sehen. Und wir sind halt schon im Spiel ziemlich weit. Wir hatten ja damals, wir haben ja Straßen gebaut schon in einigen Parts. Also richtig riesige Straßen gebaut mit der Online, mit den Online-Leuten, die hier mitspielen. Und da haben wir schon ziemlich viele Wege gemacht, die dann einfacher waren, weil du mit dem Auto hin und her fahren konntest. Da wird's dann halt auch ein bisschen einfacher, wenn... Aber erstmal müssen wir das Netzwerk verknüpfen, damit wir überhaupt die Online-Leute sehen. Ne? Die sehen wir halt noch nicht. Solange wir nicht online sind. Es gibt halt Gebiete, die sind nicht online verknüpft. Und hier kommen jetzt GDs. Glaube ich. So. Da unten sind sie. Da müssen wir hin. Ah ja, wir sind da. Endlich. Und jetzt können wir nämlich das nächste Paket... Die nächsten... Die restlichen Pakete abliefern. Claygame. Hi. So. Und jetzt werden wir gescannt, weil wir ins Gebiet gehen und alle Dinger, die leuchten, sind zum Beispiel Pakete, die wir abliefern müssen. Ne? Das ist zum Beispiel das, was wir abliefern müssen. Und jetzt gehen wir ins Terminal. Dann quatscht er mit uns. Lieferung. Angefordert. Abgeben. Acht von acht. So, haben wir das auch schon mal wieder fertig. Und jetzt siehst du gleich. Jetzt werden wir gleich verknüpft mit dem Giral-Netzwerk. Ich lasse das mal laufen, damit du das mal siehst. Sam Bridges. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte Angst, du würdest zu spät kommen. Im Grunde hatte ich in letzter Zeit ständig Angst. Mich haben diese Visionen geplagt, die ihr an Dooms Leidenden seht. Dieser Ende der Welt. Ich hab die Albträume auf die Erschöpfung geschoben. Chirale Kontamination kam mir nie in den Sinn. Gut, dass die selbstmörderische Phase noch nicht begonnen hatte. Sterben ist keine Option. Meine Forschung ist nicht mal ansatzweise abgeschlossen. Es ist nicht nur mein Leben, das du hier rettest, sondern auch mein Lebenswerk. Hattest du mich gefragt, ob die Medikamente je ankommen würden? Du bist wohl wirklich gut in dem, was du tust, hm? Vielen Dank. So, und ihr habt ja gesehen, der ist so sehr verschwommen und verkrauselt. Das ist halt, weil wir mit dem chiralen Netzwerk nicht verbunden sind. So, minimal durfte weniger als 50 Schaden. Wir haben drei Schaden an der Fracht gehabt, was okay ist. Ne? Und jetzt geben wir das ab, haben S bekommen und jetzt kriegen wir dreieinhalb Sterne voll, wie immer. Und dann können wir uns jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbinden. Und das ist so die Übersicht, wie gut ich bin. Der Brückenlink ist zum Beispiel die Online-Welt, ne, wie das ungefähr ist. Dann verschiedenes, Frachtzustand, bin ich bei 49, Lieferungsvolumen, also wie groß das ist, bin ich bei 48 und Lieferzeit bin ich bei 19. Und da wirst du dann halt so einkategorisiert, wie gut du bist. So, und jetzt sagt er das. So, und ich hab dieses Armband, also diese Halskette und die verbindet andere Leute mit dem chiralen Netzwerk. So, und jetzt ist das chirale Netzwerk verbunden und jetzt ist das zu und jetzt seht ihr auch gleich, der Typ ist jetzt viel besser sichtbar und wir haben einen neuen Strang. Wir müssen halt komplett Amerika bis nach ganz hinten verbinden. Das ist das Wichtigste. Und wir müssen die Präsidentin, also meine Schwester, befreien, weil die gefangen genommen wurden ist. Und darum geht's. Amerika wieder verknüpfen. Und von dem Anfang rechts bis hin zu dem nach da rüber, ne, ist eine lange, lange, lange Spielzeit vergangen. Bis jetzt. Ich glaub, wir spielen das Spiel schon 24 Stunden, 25 Stunden, 26 ungefähr, vielleicht noch länger. Geologe wurde reingefügt, wir haben Kletterhaken Verbesserung bekommen und da sind die ganzen Online-Spieler und diese ganzen Bilder, die da sind, das sind alles Warnungen zum Beispiel von Online-Spielern und wo was zum Beispiel aufgebaut worden ist. Manche Schilder sind Warnungen, manche sind einfach nur, weil die Leute Likes geil sind, ne. Aber die Schilder warnen meistens eigentlich. Wo Kampfgebiete sind, sind zum Beispiel die Fäuste. Da musst du zum Beispiel kämpfen gegen GDs und so. Und das kannst du halt mit Online-Spielern machen. Wenn ich ein Schild aufstelle und das ist für jemanden gut und der braucht das, dann kann er das liken, das Schild. Dann bekomme ich davon Likes und so weiter. So. Und jetzt sieht man auch, jetzt ist er auch besser zu sehen. Siehst du? Und plötzlich bin ich Teil der UCA und habe Zugriff auf eine Fundgrube historischer Forschungsunterlagen. Jetzt sollte es einfacher sein, diesen Fossilienstrand zu erforschen. Vorausgesetzt, ich kann beweisen, dass er das ist, was ich denke. Ich freue mich aber auch darauf, unsere eigenen Ergebnisse zu teilen. Kannst du glauben, dass chirale Ablagerungen in 65,5 Millionen Jahre alten Schichten gefunden wurden? Der Beleg für einen gestrandeten Tod in der Urzeit. Schon lange, bevor der Mensch auftauchte, gab es auf der Erde Chiralium. Diese Schicht ist der Beweis. Sieh dir das an, Sam. Siehst du diesen schwarzen Rister? Wir halten ihn für den Ursprung des gemessenen Chiraliums. In fällner Vergangenheit haben Erdbeben Reibungswärme entlang von Bruchlinien verursacht. Dadurch sind Schichten aus Pseudotachylid entstanden. Wir nennen diese Schichten Erdbebenfossilien. Entsprechend könnte man unseren Riss hier als Fossilienstrand bezeichnen. Dass ausgerechnet diese Schicht Chiralium enthält, kann kein Zufall sein. Das deutet stark darauf hin, dass beim Kreide-Paleogen-Aussterbeereignis Strände aufgetaucht sein müssen. Und nicht nur da. Das Chirale-Netzwerk hat Daten gerettet, nachdem man in Schichten, die mit anderen Aussterbereignissen korrespondieren ähnliche Fossilienstrände fand. Es scheinen also bei den großen fünf und allen anderen großen Aussterben Strände aufgetaucht zu sein. Dank der Erweiterung des Chirale-Netzwerks konnten wir in diesen verstreuten Datenpunkten ein Muster ausmachen. Du hast unsere Forschungsprojekte vorangebracht. Und dafür gesorgt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir alles Verlorene wiederherstellen und alle verbliebenen Rätsel lösen können. Aber das ist erst der Anfang. Sam, wenn du das zu Ende bringst, könnten wir bestimmt viel neues Wissen erlangen. Das war gerade Nomad. Der ist zum Beispiel auch mit sich. Er hat doch diesen Kasten am Herz. Das haben wir auch schon mal in Parts gesehen. Der Typ stirbt alle 21 Minuten. Und wird dann wiederbelebt nach drei Minuten. Also er verreckt wirklich alle 21 Minuten. Das ist zum Beispiel auch ja crazy. So, was wir jetzt aber bauen könnten, wäre zum Beispiel eine Brücke von hier nach da rüber. Dafür bräuchten wir aber MK2-Gegenstände. Dann könnten wir was cooles bauen. Das kann ich euch mal zeigen. Wir nehmen mal wir nehmen mal wie viele können wir davon bauen? Gott, wir haben gar nicht so viel, ne? Aber wir nehmen mal zwei mit. Dann recyceln wir aber auch noch mal was. So, wir werden noch mal was recyceln. Damit hier noch mal mal ein bisschen Material ist auch. Aber die sind halt nicht so wichtig. Wir recyceln mal ein paar kristalline Kristalle. So, damit die mal wieder was haben. Und das kann man alles sammeln und denen geben. Das sind halt alles Ressourcen. Und mit diesen Ressourcen kannst du halt Sachen herstellen auch. Und jedes Mal, wenn wir einen neuen Strang knüpfen, gibt es halt auch mehr Sachen für uns. So, wir müssen jetzt aber wieder rüber. Wir müssen jetzt einfach wieder rüber nach hier. Wir sind ja den Weg gelaufen. Man sieht das hier rum. Wir versuchen jetzt aber hier, hier rüber mal so einen kleinen Weg zu bauen, wo wir uns hangeln können. Mal schauen, ob das geht. Wir laden uns hier vorne erstmal auf, weil hier hat jemand was gebaut, wo man sich aufladen kann. Man kann jetzt zum Beispiel hier rangehen und jetzt laden wir uns auf. Und ich kann auch, wenn ich möchte, ihm hier Likes geben und das werde ich jetzt tun. Ich habe dafür immer so 20 Sekunden Zeit und dann muss ich hier auf den Joypad in der Mitte auf diese Fläche drücken. Und jetzt like ich ihn einfach, weil ich fand, das ist gut, was er da hingestellt hat. So können wir uns alle aufladen. Und er hat jetzt insgesamt 496 Likes schon auf das Gerät. Und mit dem Likes kann man halt sehen, wie aktiv du spielst. Auch Community-mäßig was machst und so. So, da ist ein so ein Teil. Da gehen wir mal rein. Aber ich glaube, das führt nirgendwo hin. Ja, der hat nichts verbundenes hier. Wir könnten mit der Seilrutsche da oben auf dem Berg, aber ich weiß nicht, ob man so steil hoch kann. Aber man sieht auch, wir müssen ja da in die Richtung. Da hat auch jemand schon eine Brücke aufgebaut. Und jetzt sehen wir halt, was auch Leute, die Online-Spielen gemacht haben. Seht ihr das da hinten? Da hat jemand eine Brücke aufgebaut. Und mit der Brücke, die können wir dann benutzen. Und wir sehen auch, wer das war, online. Ihr könnt auch, weil das ja euer Server hier ist, so mäßig, also eure Online-Welt, wo andere Leute auch drin bauen können. Wenn euch was nicht gefällt, könnt ihr das auch abreißen. Nur so. So, wir müssen aber nach hinten wieder zurück, weil wir da noch eine Mission haben, die für Sam ist, diesen Bauchnabel, brauchen wir. Der ist immer ganz wichtig für DNA-Sachen und sowas. Und um Forschung voranzutreiben. Deswegen holen wir das. Was wir jetzt aber zum Beispiel machen könnten. Da vorne ist das eine Teil. Wie weit sind wir davon entfernt? Was sind das schon? 300 Meter? Mal gucken, ob wir das aufbauen können. Ne, das sind 175 Meter. aber doch, die Seilrutsche funktioniert. Aber da geht nochmal eine Seilrutsche nach unten. Vielleicht können wir die auch erreichen oder die ist zu weit weg. Okay, die ist 257 Meter weg da unten. Das wird leider nichts. Wir können aber diese Rutsche, also diese Seilrutsche, ich glaube, wir haben 200 Meter Radius. Weiter geht's nicht, oder? Doch, geht noch. Ich glaube, sogar 300 Meter. Dann werden wir das ein bisschen ausnutzen und gucken, ob wir das ein bisschen verbinden können. Ein bisschen geiler verbinden können vielleicht. Oh, Vorsicht, Kollege. So, was ist, wenn wir... Okay, das ist außerhalb der... Seilrutschreichweite. Und der ist außerhalb, weil das Hindernis im Weg ist. So, wir können aber hier... Wir können die Bridge hier hin bauen. So, seht ihr das? Das sind 200 Meter, die überbrückt werden können. So, jetzt stellen wir das auf. Und dann zeige ich euch jetzt mal, was cool ist. Ich glaube, eins von den Dingern haben wir noch, ne? Ja, eins haben wir noch. rechts auf der Spitze. Nee, das hätte nicht geklappt. Das andere ist zu weit weg. Das ist 300 Meter außerhalb der Reichweite. So, jetzt gehen wir an diese Seilrutsche ran und haben da unser Ziel und dann können wir einfach X drücken und jetzt können wir die 300 Meter ohne dass wir laufen so zurücklegen und andere Leute können das auch. Das heißt, die können jetzt das, was ich gebaut habe, benutzen in ihrem Spiel. Ne? Und sich dafür bedanken. Seht ihr das? Wir kommen jetzt von A nach A, zack, und wir gehen wieder zurück, weil wir wollen ja runter. Und jetzt versuchen wir noch, irgendwie so nah wie möglich, die unten mit dem oben zu verbinden, dass die Wege nicht zu weit sind. Und so kommen wir schnell von A nach B. Also man kann sich das Leben auch schon leichter machen, indem man solche Hilfsmittel aufbaut, ne? So, und der Typ hier hat halt eine geile Brücke gebaut, die halt perfekt über den Hang geht. Ne? Und hat dafür schon 43.000 Likes gekriegt. Verdient sogar, würde ich sagen. Und wir liken das Ding jetzt auch. Und darum geht's halt in dem Spiel, ne? Die Briefe ausliefern und versuchen, Sachen zu bauen für die Community mit, damit man da schneller irgendwo durchkommt. So. Und wir müssen nach da nach unten. Okay? So, let's go. Und darum geht's im Endeffekt. Naja, ich versuche von der anderen Seite nach unten zu rutschen. Aber wir müssen die andere Rutsche erstmal finden. Ach, die ist noch da. Okay, die ist da unten. Okay. Okay.